Ich begrüße Thomas Bergmann vom Anlegermagazin Der Aktionär zum DAX-Check. Herr Bergmann, nach sieben Gewinntagen in Folge, wird es jetzt langsam mal Zeit für Verluste beim DAX? Ja, hallo Herr Urme. Das kann natürlich durchaus möglich sein, vor allem vor dem Wochenende, dass man sich da einfach mal auf die sichere Seite begibt und eben Gewinne mitnimmt. Von daher ist ein Rücksetzer durchaus auch mal gesund. Allerdings, und das ist die gute Nachricht, wir bewegen uns nach wie vor über diesen Abwärtstrend, auch über der Unterstützung im Bereich von 11,635, die ursprünglich als Widerstand fungierte. Von daher haben wir durchaus noch Luft in einem ersten Schwung bis 11,920 etwa zu steigen, wo ein weiterer Widerstand wartet. Was natürlich auch gegen massive Gewinnmitnahmen spricht, ist, dass wir einfach jetzt am Wochenende mal kein Referendum haben, keinen EU-Sondergipfel und dergleichen. Also von daher rechne ich jetzt nicht mit, wie gesagt, mit starken Rücksetzern. Sicherlich sind wir, man hat es im Chart gesehen, mit einigen Gaps in der letzten Zeit gesegnet worden. Also von daher besteht immer wieder das Risiko, dass hier nochmal diese geschlossen werden. Aber wir sehen eher die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir eben nochmal in Richtung 11,920, 11,950 steigen können. Welches Produkt haben Sie uns denn dann zum Wochenausklang mitgebracht? Ja, entsprechend einen Turbo-Optionenschein, mit dem man auf steigende Kurse setzt. Das Trading-Setup schaut folgendermaßen aus. Das Kursziel liegt bei 11,920, wenn man den aktuellen Kurs sieht, im Tag bei 11,7. Dann würde ich den Stopp etwa im Bereich von 11,600 Punkten legen. Thomas Bergmann, dann besten Dank für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Untertitelung des ZDF, 2020